Joach! Willst du helfen? Hast du dich wieder verheddert? Nein, ich habe dich nicht. Gut. Super! Super! Lilia? Hast du geschafft? Super! Wow! Auch auf H zurück! Was? Okay. 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 Äh ... Ja, das musst du noch mal lösen, oder? Hat es so einen roten Twizzle? Ja, jetzt musst du twizzle wieder. Wie ist es in einer Übung? Äh ... Das ist auch Teil des ... ... des Camps. Wow! Ja? Wow! Wow! Nachher ist es aber fertig. Nachher ist es fertig. Was ist das? Der letzte ist eine lange Zip-Line. Eine lange Zip-Line. Überfahren. Reinhangen und fahren. Nein, oder? Nein, der letzte Teil ist hier. Der Abschluss des 5, den wir jetzt machen sind. genre. Oh, прош Bolden. Ja ... Mit einer Hand, wir haben eine Schimmel. Du musst doch nicht mitgehen, Delia. Du musst doch nicht mitgehen, Delia. Du hast doch gewartet. Du musst doch nicht mitgehen, Delia. Du musst doch nicht mitgehen, Delia. Was? Ist gut? Der letzte ist einfach der Zip-Line. Tschüss. Bye-bye. Cool. Cool. Der Express? Ja. Jetzt schon? Können wir fragen oder schauen, was wir noch nicht machen? Können wir nicht machen? Dschungel. Drei haben wir nicht gemacht, oder? Wir haben es vier und es fünf gemacht. Ja. Wir wollen fragen, ob du sieben machen kannst. Dschungel-Camp. Die Schwarzen gehen sicher nicht mehr. Doch, ich bin hell drin. Willst du in die Hölle gehen? Du musst dich überwähren. Nein. Ich muss mich anholen. Dann kannst du sagen, ich habe einen hellen Ripp gemacht. Die ersten zwei Bäume, die sind der erste Baum. Ich weiss noch, ich habe ... Einen oder zwei von diesen Schwarzen gemacht. Und beim dritten fand ich, ich bin kaputt. Hast du mich schon gefilmt? Ich bin zu gut. Jetzt bin ich am Filmen. Hallo, hallo, hallo. Was meinst du? Sieben? Dschungel. Dschungel-Camp. Super. Geht es von alter Grösse? Probieren. Ja, genau. Probieren wir sieben. Ja. Machen wir sieben. Okay. Der Start ist auch hier oben, oder? Ja. Hier im Fall. Super. Perfekt. Also, Hübi, der da rüber. Yes. Im zweiten Element machen wir grosse, grosse Schritte. Dort bist du fast ein bisschen zu klein. Du kannst einfach links-rechte Seil halten, schwingen, dann geht es genau gleich. Okay. Probieren. Wirst du zuerst gehen? Das heisst, das möchte ich einfach aufmachen. Bei dir geht es vermutlich mit einem Schritt. Seven. Bei welchem? Bei dem? Seven. Nein, beim... Beim zweiten Element. Schau dir. Halt dich. Nein. Das ist das achte. Das siebene ist da. Und nachher ist es siebte. So. Ich bin gerade beim dritten, oder? Und nachher schrinkst du dich alle rüber. Ja. Ich sehe im Moment nicht, wo es weitergeht. Ah, schau dort! Nein, schau, Baba, da. Komm da. Ja. Ah, das zweite ist ein Sieb. Beim zweiten Element. Dort hinten, das meint er. Ja, geh mal durch. Nein, nein. Ich muss jetzt... Du musst durch, unten durch. Nein, ich muss hier noch einhacken. Den habe ich jetzt gemacht. So. Der eine ist da. Der zweite ist schon vorne. Du musst nur einen Schritt sparen, aber ich bin schon gut. Gut, jetzt... Jetzt gibt es etwas drunter. Böööö. Du musst nachher noch drunter. Genau. So. Von hier her. Sonst musst du nachher alles wieder umhängen. Ja, das ist normal. Das passiert fast dreimal. Ja. Ja, ja. Jetzt merkt man dann, wenn es nicht mehr weitergeht. Ups! Du musst noch mal zippen. Ja. Es geht gut. Ja. Eine dritte. Yes. Das Problem ist, dass die jetzt schon gegangen sind. Man darf nur noch zu dritt auf der Platte sein. Die müsste sich jetzt eigentlich von dir vergissen. Ja, das siehst du. Sobald die Rolle weg ist, könnte man ja gehen, hat er gesagt. Der runterläuft. Sie ist kaputt. Ah ja. Wir können runterfahren. Für mich kannst du einfach die Gürtel wieder anziehen. Ich werde es nachher noch komponieren. Geil... Ja, das ist auch ein Kappschuch. Okay, three, two, one. Viel Spass! Spass! Ah, wahrscheinlich hat das als Witz gemeint. Hä? Der hat es doch als Witz gemeint. Möchtest du nicht, dass er nichts gemacht hat? Hast du die Rolle weggenommen? Ja. Jetzt. Ja so, Dario Schweck. Tschüss! Hanno fatto la pedana. Ich mache mich hier vom Acker, bevor die Eder kommt. Nein, 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 du musst hier rauf. Die grüne ist der Notausgang. Jetzt musst du ... Schindigjoo. Schindigjoo. Und dann, genau. Und unten durch, da kannst du gerade rein in die Bahn. Genau, ich habe jetzt zu weiseln. Und jetzt hat sich der hoffentlich gelöst. Ja, voilà. So, dann kommst du vorne. Gut. Dario kommt. Super. Kann man das machen? Ja, er proben. Er hat ja nicht gesagt, es geht nicht. Er hat dir einfach noch ein Trick mitgegeben. Ja. Falls du Mühe hast. Ist das das zweite Element? Ja. So. Geht's? Mit Schwingen? Okay. Ja, super. Ja, das ist Notausgang. Also Notausgang, einfach so. Wenn du raus willst. Was? Für die, die scheisse haben nach dem langen Sipp. Wenn sie gefunden haben, scheisse. Ich will nicht mehr ... Ich will nicht mehr ... Okay. Gut. Ja. Du bist auch gut angelegt mit dem Thermolibli. Ja, du bist auch gut. Ja, du bist auch gut. Wann?